Diese Dame kennen wir doch! Boris Becker zeigt sich erneut mit Model Layla Powell in der Öffentlichkeit. Nach der Trennung von Lily Becker 2018 sieht man die Tennis-Legende immer mal wieder gemeinsam mit der britischen Schönheit. So wie Anfang Juli, als Boris die 31-Jährige sogar zu den Wimbledon Championships mitgenommen hat. Und auch bei den derzeitig stattfindenden US Open in New York sieht man die geheimnisvolle Beauty an der Seite des 51-Jährigen. Doch die Liebesgerüchte weist Boris bisher mehrmals von sich. Ob beste Freundin oder nur gute Freundschaft, die gemeinsame Zeit mit Layla scheint dem Ex-Tennis-Spieler sichtlich gut zu tun. Der Olympiasieger strahlt übers ganze Gesicht und fiebert im nächsten Moment gespannt mit Layla dem Tennisturnier entgegen. So ausgelassen sehen wir Boris seit dem Liebesaus mit Lily sonst eher selten. Doch diese beiden scheinen definitiv auf einer Wellenlänge zu sein. Denn die gebürtige Londonerin kann nicht nur mit ihrem Aussehen punkten, sondern auch mit Köpfchen. Das Model hat ein Juradiplom in der Tasche und leitet erfolgreich eine Gesundheitsfirma. Von interessanten Gesprächen kann man bei diesen zwei ausgehen. Und nach seinem Grinsen zu urteilen, scheint es Boris richtig gut zu gehen.